So, zwei fehlen hier noch. Oh joa, das scheint ja ein Kinderstil zu werden. Wirklich, Schicks. Erste Runde noch total verkackt, aber dann... Wir steigern uns. Guki! Wie das Kind in uns schreit. Guki! Guki! Guki und Amani. Ähm... Oh, traurig. Wir kamen doch nicht mal dahin. Traurig, traurig. Ich muss gleich. Und hier ist eh die letzte Runde. Echt tragisches Schicksal hier. Schicksal hier. Schicksal. So. So. Sie kommen nur so weit. Ich habe hier noch keine Gatling hier stehen. So. So, die sind in den Starts. Oh komm, wo soll ich da reinhören? Wer weiß, vielleicht kommt hier jetzt meine da hin. Sack weg. Das ist ja lächerlich gewesen. Time to see. Goodbye. So. Oh, wir haben Geld. Ha. Müssen wir uns jetzt noch ganz kurz entschuldigen, bevor wir mit zu Weifel Fock weitermachen? Fock. Oh, ich kann noch ein bisschen die Blumen gießen. So und dann. Geh ich währenddessen mal in den Shop und kaufe mir. Dich, ja. Und dich, ja. Und dich, ja. Go back. Und ich mach weiter mit dem Blumen gießen. So. Oh. Okay. Die sind so glücklich, die Pflanzen. Alles dann von mir. Ah ja, das machen wir noch schnell. Wo komm ich nämlich auch noch Geld raus? Und dann. Boah. Äh, machen wir sofort weiter mit dem nächsten Survival Game. Natürlich. Ja, dingel, 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 ding. Und du wirst auch noch glücklich gemacht. Und du wirst glücklich gemacht. Alle werden glücklich gemacht. Und du musst noch wachsen, gell? Na, komm. Ja. Zack. Und dann. So. Ähm. Survival. Da war man. Survival Fock. 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 Hm. Da es Fock gibt. Den Gravebuster kann ich nicht benutzen, weil es keine Grave gibt. Planted on the roof. Planted on mushrooms for wake it up. So. Brauche ich also nicht. Spikerock und Goldmagnet. Brauche ich beides für den Anfang noch nicht. Mit den muss ich jetzt mal echt gucken. Dich hole ich mit, dich hole ich mit, dich hole ich mit. Dich hole ich dir jetzt mal mit. Und ich hole auch Sunflower mit. Trin Sunflower. Und. Und, 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 und. Warte. Lillipat muss ich mitnehmen. Sieh. Und dann vielleicht noch. Gepläntern. Wieso nicht? So. 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 Ah, da oben ist er. Gut, dann haben wir da schon mal Ruhe. Brains. Brains. Huh. Brains. Brains. Einfach mal los geht's. Just plant some plants and so. Damit wir da nicht irgendetwas gemacht haben. Oh oh, mal schauen mal wer da kommt. Brains. 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 Für den Anfang würde da mal reichen an Sonne. Sonnenschein. Bäm. 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 Ähm. Falsch. Bäm. 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 ich habe den Kass hier noch nicht mitgenommen, ne? Doch, vielleicht ein kleiner Frieder. Er..." 1.. 4... 1.. 1.. Ah, da gefällt mir aber nicht. Äh, hier. Äh. Und so. Ich mach's mal so. Äh. Äh. Na los. Oh. Ich hab keine Ahnung. Oh ja, mal Zombies können jetzt ruhig kommen. Oh, ich hab aber viel Sonne. Oh, okay, da werd ich noch einen hinsetzen. Ähm. So, du kommst mit, du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Ähm. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst auch mit. Oh nein, ich hab ja gar keine Pläntern gebastelt. Da dran liegen würde ich verlieren, hm? Ich hab aber was vergessen. So, dann... Und dann... Irgendwie so fürs Erste. Weil ich was vergessen hab, kommt da jetzt Tangle Kärbel! Yay! Und... Boah! Haben wir viele... Sonnenenergie... Teile! Uh! Da war aber jemand ganz cool! Ich höre schon bis hier hin, dass er cool ist. Ja, ich bin schon da. Dann Quatschen. Und... Dann auch hier. Ah! So! Boah! Viel zu viel! Naja... Naja... Das, äh... Wörtheiter! Ähm... Voll Knorke... Denk ich mir grad. Äh... Und wir haben die Tausend geknackt! Äh... Ja... Das ist hier eigentlich immer noch recht ungewöhnlich! Sollte nicht passieren! Ich hab aber echt ein bisschen viel Sonnenenergie! Ja... Ja... Werden wir doch was dagegen unternehmen müssen, ha? Ja... Irgendwann... Wenn die Zeit gekommen ist... Ich hab mir grad noch... Ja... Ja... Eine noch! So dann... So dann... Die hier könnten schon wieder abgelöst werden, fast... Um nämlich das zu tun, was wir machen wollen! Sonnenenergie loswerden! Jaaa... Spassig! So... Weil dann... Könnten wir eigentlich Repeater holen... Und Gatling Peas... Und Gloomschrooms... Und... Cattails... Und... Und 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 Tallnuts... Und... Lillipads... Und... Oh Gott! So viel Seashroom holen wir nicht! Und wir holen... Paffschwungs mit und... Oh... Ähm... Was noch? Oh ja... Eine Pläntern! Das wird reichen... Denk ich... So... So... Schön... Zombies... Are coming! Ähm... So... Åh... So... 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 sitzt... No... So... Ich bin so... Jetzt war doch... Das ist doch 만� fui Nummer! Oh, okay. Was ist hier? Was denn? Nämlich ein Trollnut? Ähm. Ähm. Erstmal so. Erstmal so. Erstmal so. Erstmal so.